Hey ho Freunde, ja es geht jetzt weiter mit dem Let's Play von mir für euch. Da ist er. Komm, komm her, komm her. Stirb. Nein. Komm, komm, komm. Ja, 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 komm. Okay. Ich schaffte. Ähm. Okay, ja, okay, ich weiß aber was. Okay, 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 okay. Ähm, wie war das nochmal nach da? Auf jeden Fall, weil wir müssen das ja erstmal nach vorne bekommen. Deswegen schieben wir das erstmal ein bisschen nach hier. Weiter, 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 weiter. Okay, das reicht. Da fehlt der Kopf irgendwie. Hm, ein bisschen kopflos. Hohohoho. Witzig, witzig. Ja, ja, ja. Okay, so eine Grütze, ey, dass ich dieses hässliche Raketenmeerverteilchen ausgegeben habe, weil der kommt nämlich gleich nochmal mit seiner mutierten Form. Also ihr seht das dann. Hätte ich ihn gut gebrauchen können. Na ja, egal. Gut, gut. So, das hätten wir jetzt auch schon mal. Okay, meine Freunde. Jetzt werdet ihr sehen, wie ich noch einen Endgegner regulär besiegen werde. Crozer ist eigentlich so nicht schwer. Man muss einfach nur die ganze Zeit drauf schießen, wenn der schießen möchte und wenn er näher kommt, auf ein Messer. Das zieht er nämlich mehr ab, als wenn man die ganze seine Munition drauf verschwendet, ihn zu schaden. Mit dem Waffen halt. Der steht ja durch die Tür. Links oder rechts oder so. Boah, ich bin erschrocken. Tut mir leid. Boah, ich bin voll erschrocken. Boah, oh Gott, ich wusste es auch noch, ey. Stirb. Na, sorry, Mann. Mann, 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 komm, komm, komm. Hä? Ey, es tut mir leid. Komm, komm, komm. So. Seht ihr das? Er hat kein rotes Blut. Er hat so gelbes, bis, ähm, gelb-grünes Blut, so. Oh, ne, nicht die Teile. Das sind voll die Sprengstoff-Dinger, ey. Okay. So. Ähm, Minengeschosse. Das nehme ich mit, ja. Ähm, hier sind überall solche Teile. Wow. Überall, 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 überall. Wow, wow. What? Was? Ich antworte dir nicht. Ha, ha, ha. Ich weiß nicht warum. Einfach Spaß. Da, gelbe Pflanze. Ja, okay, ich hab's geschafft. Jetzt kommt der Endgegner. Ha, noobs. Kommt er her. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Okay, das war da. Das war da. Äh, nehmen wir uns die Striker. Gut. Die Striker ist mir jetzt immer gut gewesen, für mich. Noch weiter hoch, noch weiter hoch, noch weiter hoch. Ja, 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 ja. Los, los, los. Go, go, go. Ok, ok, ok. Meine ich. Ist hier irgendwas noch? Da muss ich hin, oder? Das muss ich mir holen, oder? Nein, das ist gut. Das ist alles, was man sich so holen kann. Jetzt kommt eine mutierte, blöden Eier-Chance-Show. Punk, funk und so. Ok, los. Meine Freunde. Wir werden jetzt unseren schlimmsten Albtraum begegnen. Wir werden Crowser, Jack Crowser. Unseren ehemaligen Kollegen werden wir umbringen müssen. Leider. Das Phoenix. Ne, Adler. Teil. Ok. Wie kam der bitte da hoch? Ach ja, der kann so einen Megasprung. Megasprung. Nein, die schöne Waffe. Gib mir die Power. He-Man. Oh Gott. Oh Gott. Du hast dir doch nicht mal voll die Stimmung zerstört, ey. What the fuck? Ich bin tot. Du schaffst es nicht, Mann. Du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Da siehst du. Ich schneide dir den komischen Perfekt-Fuß sein. Ja. Noch mehr, ey. Komm, 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 komm. Oh, ich bin tot. Oh Gott, ich bin wirklich tot. Oh, Mann, 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 Mann. Nein, du schaffst es nicht. Du schaffst es nicht. Ich schneide dir dein Bein ab und ess es dann zum Frühstück und schenke es dir dann zum Geburtstag und sowieso. Und überhaupt. Und da, oder. Was? Ich hab doch... Mein Gott, Mann. Stirb. Tod. Verdammt. Hättest du Raketen mehr aufgewahrt? Mein Gott. Ja, weiter. Ja, ähm. Ihr könnt jetzt sehen, dass ich ein paar Mal verliere. Ihr könnt das auch wegschalten. Ihr wollt immer sehen, wie ich verliere, Mann. Ich weiß es doch. 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 Vorgang lade. Äh. Fahre-Velorgang. Hehehe. Okay, meine Freunde. Hatte ich nicht eben... Hatte ich nicht... Ach, egal. Fick drauf. Gut. Wir nehmen uns die Striker wieder. Ich meine die hier. Killer7, meinte ich. Auf jeden Fall müssen wir jetzt direkt drücken. Die verwenden wir. So, weil... Am besten ist es hier auch mit dem Messer, aber das ist schwerer. Schwerer. Das ist voll schwer, Mann. Das ist voll geil, Mann. Ja, leck mich. Schamme. Ja, ja, ja. Okay, und... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Haa, Ausgivition. Haa, 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 haa. Okay, okay, okay. Freunde, wir müssen... Ah, Glück gehabt. Okay, ähm, 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 ähm. Okay, ähm, ähm, ähm. Schon wieder. Okay, 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 komm her. Was? Ich hab... Boah, hab da Messer gezogen. Was? Was? Wieso geht das weg? Mein Gott. Komm, komm, komm her, komm her. Ich hab mir gewischt, ich hab mir gewischt. Erlebnis. Geht das überhaupt? Nein. Ähm, das hier muss ich komponieren. Oh, ich muss drücken. Ähm. Ah, Striker. So. Nein, nein, nein. Oh, Gott. Mann, man, man, man... Ich weiß nicht, wie man ihn am besten schafft. Es tut mir leid. Hab ich gesagt, ihr werdet es einmal sehen, wie ich verzweifle. Das war genau in diesem Part, wo ich das gesagt habe. Äh, genau. In diesem Part meinte ich, wo ich das gesagt habe. Und ich probiere gleich das aus. Ich versuche einfach mal runter. Ich versuche einfach mal da runter zu gehen. Und der da weg. Ne, ich mache es nicht. Ich bleibe hier oben. Okay. Ähm, ja, dann werde ich hier einen kleinen Schnitt machen. Und ich werde es trotzdem versuchen, ist mir egal. Ihr habt gesagt, ich soll es mal ohne Raketenwerfer machen, jetzt mache ich das mal. Und jetzt habt ihr das davon. Ja, ja, ja. Gut. Wann ich an der Stelle mal einen kleinen Schnitt machen und würde es sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Säcki.